Ich habe mir als Kind immer schon gesagt, ich will der stärkste Mann der Welt werden. So habe ich das immer gesagt. Und dann war das relativ schnell dann irgendwann klar, dass ich es mit dem Boxen, dass ich da meine Trommel verwirklichen will, also dass ich Weltmeister werden will und so weiter. Das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Habt ein Ziel, wenn du das Ziel hast, nicht so schnell aufgeben, wenn mal irgendwas nicht so passt, sondern bleib auf deinem Weg und versuch dich immer weiterzuentwickeln, planbleiben erst. Ich muss sagen, für mich persönlich, aus meiner Erfahrung, war der Sport immer sehr wichtig, weil es hat mir Selbstbewusstsein gegeben, mir hat das Boxen so gefallen und ich habe mich in den Sport verliebt. Also der hat so viele Facetten und es ist ein mega cooler Sport, ein schöner Sport und deswegen bin ich da geblieben.